servus ihr lieben einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier zu einer weiteren stadt vorstellung hier auf diesem kanal ich möchte euch heute eine der größten städte die ich bis jetzt sind sie die skyline 2 gesehen habe vorstellen und vor allem nicht nur eine große stadt sondern auch wirklich eine wunderschöne stadt und ihr wisst ja ich habe vor einiger zeit ganz zu anfang die eine million einwohner stadt vorgestellt die optisch nicht ganz oder hingucker war aber trotzdem erhalten eine gigantisch große stadt war und jetzt diese stadt optisch sehr sehr schön und weit übertreffend über die was wir da in dieser eine million einwohner stadt gesehen haben auch gerade von den einwohnern her befinden uns hier in der stadt city of chamberlain und diese stadt hat über 1,3 millionen einwohner ich war ja immer mir so ein bisschen habe mir selber die frage gestellt wie weit hier in city skyline 2 es möglich ist einwohner zu generieren ja weil ich auch schon im ersten teil immer sehr versucht habe große städte auf die beine zu stellen auch jetzt hier im zweiten teil probiere ich das aber natürlich scheitert es ein bisschen daran weil meine cpu für die ganzen berechnungen viel zu schwach ist und ich würde gerne mal wissen was er für ein pc hat damit er hier 1,3 millionen einwohner generieren konnte die stadt ist normal aufgebaut soweit ich es gesehen habe 1,7 milliarden glaube ich sind auf dem konto gewesen und der traffic flow habe ich auch nachgeschaut war bei 60 prozent so dieser durchschnitt für diese größe allerdings sehr sehr beeindruckend ich habe auch mit meinen bots natürlich rein geladen ich hätte eh nicht laufen lassen können weil meine mods ja da gerade die traffic mod ja noch mal ein bisschen mehr verkehr verursacht das wäre glaube ich das absolute chaos geworden und ich habe es probiert aber es lief einfach im hintergrund nichts also deswegen habe ich das ganze im pause modus aufgenommen weil es einfach auch ein bisschen flüssiger natürlich im pause modus ist ein bisschen weniger lex hat ich muss sagen ich war bei 25 bis 30 fps wo es wo der spielstand lief aber es hat sich hat nichts bewegt ohne pause modus war ich da bei 40 also war schon beeindruckend für die größe der stadt weil man auch sagen muss dass die stadt wirklich sich auch über eine gewisse größe erschreckt das ist nicht so kompakt gehalten sondern die verteilt sich weil nicht nur hochhäuser gebaut sind sondern ich glaube hauptsächlich mittlere dichte niedrige dichte weiß ich gar nicht so habe ich gar nicht so wirklich darauf geachtet mir ist nur die mittlere dichte extrem aufgefallen weil die gebäude halt gut unter die reihenhäuser gerade mein lieblings gebäude sind in city skyline 2 und deswegen habe ich da so ein bisschen drauf geachtet aber wie gesagt die stadt ist einfach gigantisch es ist tatsächlich so dass die einwohner die mit den öffentlichen verkehrsmittel fahren monatlich bei 650.000 liegt ich konnte mir selbst das gar nicht anzeigen lassen weil das bei mir gar nicht die statistik berechnet hat wie gesagt mein pc war anscheinend komplett überfordert damit aber er hat es soweit mit reingeschrieben bei sich auf die seite deswegen konnte ich euch jetzt die information auch noch mal mitgeben und er hat 153 linien in den verschiedenen verkehrsmitteln aufgebaut also buslinien u-bahn und so weiter sofort zusammengepackt dann 153 ja okay schon beeindruckend 650.000 leute knapp mit den öffentlichen verkehrsmitteln pro monat zu haben bei der einwohnerzahl allerdings ist es deutlich doch weiter drunter aber ich habe mir das natürlich auch nicht anzeigen lassen wie er das verbaut hat man sieht das natürlich im hintergrund hier die ein oder andere u-bahn die da so ein bisschen durch fährt hätte ich jetzt beinahe gesagt bei mir jetzt nicht aber normalerweise fährt die auch da und deswegen ja muss ich schon sagen denke ich mal schon dass die öffentlichen verkehrsmittel da schon einigermaßen verteilt worden sind die zufriedenheit liegt bei 70 prozent wie er geschrieben hat und ja da da achte ich ja nicht so drauf bei den safe games die ich mir anschaue jetzt aber mal so ein bisschen was zu dieser stadt ich habe ja immer gesagt ich bin immer beeindruckt von großen städten aber auch große städte die halt wirklich optisch auch was her machen die meisten größeren städte die ich auch im ersten teil schon so ein bisschen gesehen habe die wirklich eine gewisse größe hatten die waren optisch dann nicht mehr so schön sondern eher effizient gebaut na ihr wisst vielleicht was ich meine bei dieser stadt kommt mir das gar nicht so vor er hat wirklich auch die industrien sehr schön mit reingemischt er hat natürlich auch mit den großen gebäuden so ein bisschen gearbeitet und er hat natürlich auch was es sein musste einen großen freeway herum gebaut also wirklich die autobahn die hier sich verteilt die geht halt durch jeden bereich irgendwo durch große autobahn kreuze große autobahndreiecke sind da gebaut und das sind sachen die auch selbst gebaut aussehen ja und tatsächlich optisch auch sehr sehr schön also derjenige der das gebaut hat der ist auch kreativ in dem was er macht und weiß auch glaube ich was er macht das ist wirklich sehr sehr beeindruckend ich bin immer noch so geflasht von dieser karte gesagt das wird mich so interessieren ich hoffe dass die person das vielleicht sieht ich glaube nicht dass vielleicht dass er deutsch ist aber wenn dann ich würde echt mal gerne wissen was für ein pc da im hintergrund lief um das eben aufzubauen um einfach ein bisschen einschätzen zu können okay wie weit bin ich davon entfernt so was selber bauen zu könnten ja von dieser größenordnung her und ich denke mal wenn das spielstand noch mal ein bisschen weiter läuft dann wird er wahrscheinlich auch noch mal deutlich anwachsen wie gesagt die statistiken bei mir die haben alle größtenteils gar nicht wirklich funktioniert auch wenn ich zum beispiel und bei den einwohnern drauf geklickt habe dann hieß es pro stunde die einwohnerzahl die oben stand war sehr sehr verwirrend also irgendwie kam mein pc das spiel allgemein damit gar nicht zurecht es ging sogar so weit dass ich mir meine kompletten einstellung zerschossen habe weil ich das spiel weil das irgendwie abgestürzt ist ich habe keine ahnung city skyline war komplett überfordert auf jeden fall wahnsinnig beeindruckend was hier so aufgebaut worden ist vor allem auch von den details der bäume tatsächlich würde ich behaupten mehr als einwohner da wurde wirklich sehr sehr viel verbaut es wirkt aber halt auch sehr sehr schön und da war ich sehr erstaunt dass die performance bei mir eigentlich einigermaßen angenehm war obwohl ja doch schon sehr sehr viele details auch verbaut worden sind also gerade mit objekten gerade die bäume das ist schon eine gewisse masse gewesen aber das ging eigentlich immer ganz gut wenn jetzt natürlich der spielstand noch bei so größen dann auch die cpu hinterher kommen würde da wäre super das wäre wirklich super aber ja meine auf jeden fall nicht vielleicht eure ja wenn das anschaut und ich sehe gerade das ist tatsächlich auch kein amerikanisches settings sondern ein europäisches ich denke mal das hat aber eher mit der karte zu tun weil der stil hat mich eher so ein bisschen als amerikanische erinnert also vom aufbau her und nicht so ein bisschen als europäische obwohl man sagen muss gerade die mittlere dichte die hier vermehrt gebaut worden ist würde dann auch wieder so ein bisschen auf europäische schließen ja ich weiß nicht wie gesagt aber wie er das aufgebaut hat man kann ja wie gesagt beide stile größtenteils bauen ich habe jetzt bei den gebäuden nicht so nachgeschaut welche da von den europäischen gebaut worden sind und ob nur europäische gebaut worden sind ich denke mal vielleicht hat das auch ein bisschen vermischt da könnt ihr euch ja selber so ein bisschen bild mache ich habe natürlich das self game auch wieder in der video beschreibung für euch verlinkt da könnt ihr euch auf jeden fall dann selber einfach mal runterladen weil eure eindrücke vielleicht schildern von dieser großen stadt weil ich finde also gerade eine gewisse größe von der stadt ist ja schon das worauf es auch so ein bisschen manchmal ankommt gerade bei so einer städtesimulation dass man hat eine gigantische stadt bauen kann und gerade wenn man mal so eine stadt sieht mit so vielen einwohnern auch wenn sie es bei mir nicht lief kann ja sein dass es bei euch viel besser läuft dass man einfach auch mal so ein bisschen einschätzen kann oder einfach mal so sieht wie sowas großes dann auch aufgebaut werden kann da kann man selber wenn man sagt okay man möchte gerne mal eine gewisse größe einer stadt irgendwie mal selber haben man hat so das pc setup das funktioniert einigermaßen gut dann sowas aufzubauen ich denke mal das ist auch gar nicht so einfach weil irgendwann vielleicht die nachfragen großes problem darstellen ich weiß es nicht aber irgendwelche mods verwendet hat das hat er natürlich nicht dazu geschrieben da stehen nur so ein paar allgemeine zu kleiner text noch mit dabei und eben die ganzen statistiken aber kann ja auch sein dass er mods verwendet hat ich habe da jetzt nicht so darauf geachtet ich war mehr damit beschäftigt zu hoffen dass das spielbar nicht abschmiert das muss man wirklich sagen ja und wie gesagt eine sehr sehr schöne stadt die halt wirklich auch die haben ein richtiger hingucker ist für diese größe und ich finde es einfach cool dass man auch mal wirklich jetzt eine gigantische stadt mal vorstellen konnte die halt optisch auch wirklich was her macht wir haben weil das ist ja so eine sache wie gesagt ich erinnere immer so ein bisschen an das erste self game mit der eine million einwohner da haben ja auch leute geschrieben dass das optisch jetzt nicht so die schönste stadt ist das ist halt auch so ein bisschen vielleicht effizient gebaut worden na aber da ist das halt wirklich ein cooler kontrast also es funktioniert auch so sehr sehr gut aber ich glaube so viel platz hatte auf der karte auch nicht mehr gehabt das wurde schon sehr sehr kuschelig er war bis zum rand ausgebaut allerdings so manche inseln zwischendrin die sind noch ein bisschen freier gewesen es wirkt aber nicht so als wird es jetzt alles so gequetscht sein sondern halt wirklich auch wirklich breitflächig ausgebaut mit hochhäusern downtown bereichen ist das autobahnnetz ist tatsächlich sehr sehr cool auch ein bisschen wird abgesenkt der autobahn erhöhten autobahnen so ein guter mix also wie gesagt sehr sehr coole self game kann ich nur empfehlen da einfach mal selber blick rein zu werfen ihr könnt ihr das spiel allgemein so einstellen dass es im hause-moto startet da könnt ihr da einfach selber mal ein bisschen durchfliegen und einfach euch das mal anschauen ja weil ich glaube nicht dass ich jede ecke erwischt habe bei dieser größenordnung und deswegen ja wie gesagt schaut dafür in die videobeschreibung und macht euch selber ein bild davon liebe leute ich bedanke mich auf jeden fall recht herzlich fürs zuschauen ich hoffe ihr hattet spaß bei dem video ich hatte super viel spaß mir einfach diese stadt anzuschauen und ja einfach so diese ecken zu genießen die hier so aufgebaut worden sind dieser immens gigantischen stadt ich kann es immer nur wiederholen ich finde es einfach beeindruckt man merkt das wahrscheinlich auch es wäre auf jeden fall sehr sehr lieb von euch wenn ihr hier eine bewertung da lassen würde für dieses video und natürlich könnt ihr auch gerne den kanal hier kostenlos abonnieren über den abo button oder über die angepinnten kommentar dort findet ihr den link dazu in dem sinne ich wünsche euch was macht es gut und ja bis zum nächsten mal rein